Hallo Dino, hallo Dina! Was für ein wunderschöner Weihnachtsabend! Habt ihr Lust heute etwas Neues zu lernen? Okay, drehen wir das Dino-Rad und sehen was passiert. Wir werden etwas über Farben lernen. Und wir werden einen Weihnachtsbaum schmücken. Fantastisch! Wie großartig! Wir fahren mit Ted dem Zug herum. Seid ihr schon aufgeregt, Freunde? Hallo Ted! Wie ich sehe, bist du wegen unserem Abenteuer auch schon ganz aufgeregt. Bevor wir anfangen, brauchen wir etwas, um uns warm zu halten. Perfekt! Wintermützen und Schals. Jetzt können wir los! Springt auf, Dinosaurier! Schaut, was wir hier haben! Das sind Christbaumkugeln. Sind sie nicht wunderschön? Diese Kugeln sind blau. Lasst sie uns mitnehmen! Okay, Ted, weiter geht's mit unserem Abenteuer. Oh, schaut! Herzen! Diese Herzen sind rot. Lasst sie uns mitnehmen. Na dann, Ted! Weiter geht's! Wow! Könnt ihr sehen, was ich da sehe? Das sind Weihnachtsbaumlichterketten. Sie haben viele verschiedene Farben. Lasst sie uns mitnehmen. Oh! 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 Schaut, meine Freunde, da ist ein Weihnachtsbaum. Ich denke, wir können ihn schmücken. Mal schauen, welchen Schmuck wir heute gefunden haben. Blaue Christbaumkugeln. Rote Herzen. Und vielfarbige Lichterketten. Fantastisch, meine lieben Freunde! Ich bin so glücklich! Unser Weihnachtsbaum sieht wunderschön aus. Ted, vielen Dank für deine Hilfe! Fröhliche Weihnachten, meine Freunde! Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns! Hallo Dino, hallo Dina! Es ist schon fast Weihnachten! Habt ihr Lust, Weihnachten zu feiern, indem ihr etwas Neues lernt? Großartig! Dann drehen wir das Dino-Rad und finden raus, worüber wir heute etwas lernen werden. Es ist das Richtungsfeld. Was kommt als nächstes? Ein Weihnachtsbaum im Park. Auf geht's! Was für ein wunderschöner Baum! Und hier ist ein bisschen Weihnachtsschmuck. Heute lernen wir, was links, rechts, Mitte, oben und unten bedeutet. Könnt ihr etwas Schmuck unten an den Baum hängen? Gut gemacht! Das ist unten! Könnt ihr jetzt etwas in die Mitte des Baumes hängen? Großartig! Das ist die Mitte! Könnt ihr etwas Schmuck links anhängen? Gut gemacht! Das ist links! Könnt ihr jetzt etwas rechts aufhängen? Oh oh! Ups! Alles in Ordnung, Dina? Das war wieder links! Nicht rechts! Komm, hängen Sie nach rechts! Gut gemacht! Das ist rechts! Ich habe noch einen letzten ganz besonderen Schmuck für euch! Es ist ein Stern für den Baum ganz oben! Könnt ihr den Stern oben anbringen? Wow! Der Baum sieht großartig aus! Sollen wir nochmal durchgehen, was wir gelernt haben? Fröhliche Weihnachten, Dino, fröhliche Weihnachten, Dina! Bis zum nächsten Mal! Wir sehen uns! Hallo Dino, wie geht es dir? Hast du Lust, mit uns Flummi zu spielen? Großartig! Auf geht's! Rot! Weißt du, welches die rote Rutsche ist? Das ist richtig, Dino! Du kannst jetzt den roten Eimer zur roten Rutsche schieben! Oh! 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 Orange! Kannst du uns zeigen, welches die orangene Treppe ist? Warte mal, Dino! Das ist die grüne Rutsche! Versuche es noch einmal! Gut gemacht, Dino! Jetzt kannst du den orangenen Eimer zur orangenen Treppe schieben! Oh! 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 Das ist richtig, Dino! Oh! 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 Weißt du, welches die blaue Treppe ist? Oh! Fantastisch! Jetzt kannst du den blauen Eimer zur blauen Treppe schieben! Oh! 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 Gut gemacht, Dino! Du hast das Flummi-Spiel gespielt und so viele Farben gelernt! Sollen wir sie wiederholen? Oh! Rot! Orange! Grün! Grün! Blau! Bis zum nächsten Mal, Freunde! Wir sehen uns! Oh! 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 Hallo, Dino! Hallo, Dino! Hallo, Dino! Hallo, Dina! Hallo! Da sind viele Wolken am Himmel. Habt ihr Lust, sie euch anzuschauen? Großartig! Großartig! Dann fangen wir an! Schaut in den Himmel und sagt mir, was ihr seht! Oh! Die Wolken sehen aus wie Zahlen! Eins... Zwei... 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 Drei... Ich bin sicher, es gibt noch mehr Wolken. Lasst uns auf den Hügel fahren und sie suchen! Keinen Grund zur Eile! Das ist kein Wettrennen! Das ist kein Wettrennen! Schaut! Da sind Wolken am Himmel! Vier... Fünf... Sechs... Gut gemacht! Kommt schon! Wir sind fast oben! Wow! Was für eine tolle Aussicht! Seht ihr noch mehr Wolken? Da sind sie ja! Sieben... Acht... Oh! Das ist ein Stern! Neun... Zehn... Die Wolken waren toll! Gut gemacht! Oh! Und ihr habt gelernt bis zehn zu zählen. Das ist schon was! Sollen wir es wiederholen? Aha! Eins... Zwei... Drei... Drei... Zwei... Vier... Fünf... Fünf... Sechs... Sieben... Acht... Neun... Zehn... Da hatten wir aber eine Menge Spaß, Freunde! Bis zum nächsten Mal! Wir sehen uns!